So, die Aufnahme startet... Was zackig knackig... Sprich mit Susanne... Okay... Hey, muss ich mit der schon wieder ein Foto machen? Warte, ich versuch's mal von der Seite... Warte, ich versuch's mal von der Seite... Jo, kann man machen, muss man aber nicht... So sieht's doch cool aus... Ups... Da bin ich ausversehen auf E gekommen... Okay, das war das... Äh, acht bis zehn... Acht bis zehn... Acht bis zehn... So... War in dem Fall schon wieder... Die selbe Scheiße, als man das... Also bis zum nächsten Vormittag... Toll... Jetzt aber dann... So... Der stärkste Gegner... Die größten... ...de Gefahr... So... Natürlich sind die auch da. Die müssen ja zugucken, wie wir hier gewinnen. Danke für die Unterstützung. So, dann schnappen wir uns mal das Finale. Okay, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als bloß noch den Eispilz hinzuzufügen. Und dann war es das schon. Okay. 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 Wir werden dich mit unserer Stärke überzeugen. Okay. 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 Oh, oh, oh. Das war's für mich. Jetzt fehlt wohl bloß noch der Pyro-Pyro oder ist das auch noch einer? Nö, das ist schon einer. Sauber. Du gibst bereits Äh, du erteilst die Befehle. Ah, jetzt habe ich es kapiert, was Hero meinte mit, du erteilst die Befehle. Äh, ist da Regenwürdigkeit. Ich gebe gar nicht alle Gedanken auf. Okay. Ach, gibt es jetzt Runde 2? Naja, aber im Finale muss man es ja noch ein bisschen rauszögern, ne? Okay. Okay. Wir werden mit einem Schwerpunkt verabschieden. Sonst fehlt nur noch der Pyro-Pyro-Man. Da können wir in dem Fall alles einsetzen. Da lohnt es sich nicht mehr, dieses Blatt einzusammeln. Später zu Verruf bringen. Später zu Verruf bringen. Okay, das ist dann die letzte Herausforderung, oder wie? Ja, das war wirklich ein tolles Spiel. Es ist wirklich eine große Herausforderung. Was ist das? Warum? Natürlich. Wir sehen uns in den letzten Tests, und wir sehen uns in den letzten Tests. Los geht's! Päimo und Päimo, bitte zu mir, dass ihr euch das Ziel. Ihr könnt ihr, dass ihr das Ziel zu geben. ich jetzt gegen die kämpfen oder was? Wir folgen also zur letzten Oh Natürlich ist die Fatoui dabei Was hat sie eingeschleust? Er ist einer von denen Ich denke, dass du eine große Wertschöpfung wirst du mit dem Zulibar Das heißt Du bist zu Kautoria Du bist zu Kautoria Du bist zu Kautoria Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Aber Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Tja, die drei sind halt nicht so gefügig wie unser, äh, Trommelkehlchen oder wie ich auch immer das nochmal hieß. Oi, 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 oi. Và ich weiß nicht, wie du siehst. Ich weiß nicht, wie viel mein Ding ist. Ich weiß nicht, wie mich der Fall ist. Wenn du lieb obtenest, hast du dich nachdenkst. Boah, wenn es dann endlich vorbei ist, kann ich endlich schlafen gehen, Alter. Ach, jetzt ist er alleine. Das wird ja ein harriger Fight. Oh, sogar mit, äh, äh, mit, 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 äh, Sequenz-Time. Hä? Aber wenn du dich vermisst, thì ich weiß nicht, ist es. Das ist Eich-Thorchen-Torchen-Torchen-Torchen-Torchen-Torchen-Torchen. Wenn du deine Stichern durchführenst, dann lass mir die Stichern ausverstehen, Haha. Ja. Okay. Puff... 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 Jetzt heißt das wieder 4 gegen 4. Oder in dem Fall zum Beispiel 4 gegen 2. Geht auf jeden Fall schneller fertig als gedacht. Ich nehme alles wieder zurück. Fuck, ich habe das nicht gesehen. So, einmal kurz durchswitchen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Es ist nicht so gut. Komm schon, macht ihn fertig. So, dann einmal hier. Und dann nur noch der letzte. So, endlich. Nicht so hastig. Okay. 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 Wait. Okay. Okay. Ich hab jetzt noch die Segel-Pose, oder wie? Das ist doch ein Schwer? Nur, ich hab jetzt unsere Gesundheit zu machen. Aber wir wollen die Freunde mit euch auch in die Technologie herausfinden. Die Deutschen in die Technologie unternehmen? Wie wurde das denn mit einem Schwer? Die Leute mit einem Schwer? Ich bin mir sicher, Hania. Tja, wir sind halt sehr wundobane. Ja, Auftrag abgeschlossen. Warte zwei Tage. Danke, ich habe jetzt noch kurz Pipi machen und dann geht's weiter. So, wir machen weiter, Frohlockert. Und wir warten zwei Tage, wie es aussieht. Also eins, zwei. Hätte ich noch vor dem Start machen können, aber gut. Jetzt ist es schon zu spät. Deswegen lasse ich das nicht außen vor. So, und ihr könnt diese Zeitvorsprulung miterleben, wie sie jetzt zu Ende geht. Tschüss, Pilzgefährten. Der Epilog wahrscheinlich. Triff dich mit Layla. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Und dann, wenn ich euch alle zusammenbauen möchte, Okay. Erstens. Let's just leave Leila. And then I'll get her to Gospel next time. And then... combos with Weihnachtsmus! Oh... I love this one. Lo safety thema! Ho 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 ho! And here, ho ho! Leila! You'll be okay. Ja, meine Kraft für mir doch. Jetzt noch sich von Miko verabschieden und zum Schluss kommt dann in dem Fall noch Hammi Hayane wie sie nochmal hieß Ihr wisst, wer nicht meine Hanami Und ja Tja Die geht jetzt bestimmt wieder zurück nach Inaezuma Ich weiß nicht, wie sie Hei! das war kocken guck sagte ich ja jetzt noch mit anja treffen und die ist weiter weg als gedacht die ist wieder diesem einen punkt oder dieses lande kohort Freudefunke? Ebenfalls, herzlichen Glückwunsch, Feuerfunke. Ebenfalls, herzlichen Glückwunsch. 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 Erzlichen Glückwunsch.